Hallo und schön, dass du auf den Link geklickt hast, um ein bisschen mehr zu erfahren, was in dem Kurs stattfindet. Der Kurs findet am 8. August, an einem Donnerstag, um 13.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Was erfährst du in dem Kurs? Ein bisschen weiter ausgeholt habe ich das letzte Schuljahr, 2023 und 2024, eine richtige, richtige intensive Zeit gehabt mit ganz, ganz anspruchsvollen Kindern. Und zeitweise hatte ich sogar wirklich körperliche Symptome, die mir zu denken gegeben haben und mich auch daran zweifeln lassen, ob ich es überhaupt richtig mache, vorausgeschickt. Wir machen immer das Beste, was wir können und es gibt einfach Situationen, wo wir richtig, richtig gefordert sind. Wir als Leitende in der Klasse vor allem brauchen die Nerven und die Übersicht, um überhaupt analysieren und reflektieren, was die Auslöser sind von diesen ganzen Problemen. Was die Störfaktoren sind und wie wir mit ihnen umgehen können. Ich verspreche nicht, dass wir sie besitigen können. Das ist eine Utopie. Aber was wir lernen können, ist uns zentrieren und von diesem Zentrum aus alles andere anschauen und sachlich damit umgehen. Im gegenwärtigen Moment präsent sein, du selber als Lehrperson und von dem her helfen den Kindern auch, ihr Zentrum zu finden und können möglichst konzentrieren. Wenn sie noch kleiner sind, wissen wir ja, die Konzentrationsphase ist weniger gross als bei grösseren Kindern. Aber mittlerweile ist auch bei den grossen Kindern die Konzentrationsphase sehr klein und es braucht einfach immer wieder Inputs, dass sie präsent bleiben. Und in Präsenz, der gegenwärtige Augenblick, wirst du Techniken lernen, um die Kinder abzuholen, wieder in den Moment zu bringen und die Aufmerksamkeit für eine kurze oder eine längere Zeitspanne wirklich zu greifen. Und ihnen somit aufzuzeigen, wie es hilfreich ist, wenn du dich konzentrieren kannst. Aber in erster Linie auch überhaupt geht es darum, dich selber zu zentrieren und dir selber den Wind aus den Segeln nehmen. Und um immer zu meinen, du musst Hochgas und Vollglanz geben und einfach mal dich zurückbesinnen, dass das, was du in deinem Unterricht bittest, das Beste ist, was du im Moment gegeben hast, dass du selbstverständlich immer wieder suchst, neue Lösungen zu finden, neue Wege und dass es einfach nicht unbedingt an deinem Unterricht liegt, dass es so schwierig ist, eine Klasse zu führen, sondern dass sehr viele äussere Umstände und auch gesellschaftliche Wandlungen einen Einfluss haben. Da bin ich sicher und freue mich, mit dir auszutauschen und in dem Kurs Tipps und Tricks an dich zu vermitteln, die du im neuen Schuljahr oder in deinem Alltag gerade kannst anwenden. Melde dich an!